oder täuscht na ja egal las mal loslegen so unser erster oder nächster fall wäre dann ein was haben wir noch nicht so gehabt maggegen die eastern versuch mal daran lieber 3 kuhn ich und lieb ja das ist auch gerade gesehen ich habe nicht darauf geachtet aber ich weiß nur dass die autos natürlich wieder so blöd sind pass auf hier links ist jetzt er hat die waffe fallen gelassen tja alleine wäre jetzt verreckt das ist einer gewesen ich hole mir noch kurz neue waffen dann geht halt nur das leben gerettet als belohnung tötet ich heute mal nicht so das nächste wäre ein drogen die bist du bereit ich nicht aber die sind die oben damit umdrehen gehen wir da rechts lang da wo die wo das geländer ist genau da pass auf ich komme von anderen seite ja da vorne jetzt das gebäude hier ach so ok es ist einer einer flieht einer wird fliehen unter andere ist zum erschießen freigegeben pass auf der linke ist das der erschießen wer muss der recht ist um fliehen markiert verhafte den rechten oder den die kann man auch mitnehmen ja obwohl der eigentlich takedown steht hatte die kriegen wir aber oder so das werk ist erwestet sie gerade ich mach's noch mal oder warte mal wir hatten hier schon wieder so beschissen geparkt ich glaube der hätte er da vorne weg sind wo ja was die oma erfahr überfahren das nächste wäre ein domestic disturbance in hetten gardens das nächste wäre ein domestic disturbance in hetten gardens das ist hier vorne das ist hier wo diese bar ist da vorne steht der ruhe störung der hier daikun ja du hast nichts gesehen was soll ich nicht gesehen haben genau das meinte ich und f10 ich habe nur einen mit dem baseball schläger gegeben voll mies aber das sind aber es gibt ja wirklich solche amerikanischen bullen ja wir sind ja schließlich in amerika ja schott feiert im middlepark ist es geht los teikun das ist hier rechts kommen wir da jetzt hin die sind hier unten ja die sind da hinten am hafen oder an der bucht eher gesagt oder auch immer das sein soll das geht denn hier ab guck mal siehst du das ist abgekratzt wer ich bist tot das spiegel scheiße ja dann oh scheiße ich bin tot ja dann warte dann lade ich dich gleich wieder ein sag Bescheid so ähm polizeiverfolgung ist gestartet ok vorsicht polizei incest was bist du für einer ich wollte erst polizei sagen und dann polizist der ist vorne links nicht der oh fuck was die nieder also wo ist der jetzt irgendwie links lang gefahren glaube ich ist das der komische wagen der da so rum steht glaube ich nicht ne 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 what the fuck egal ich wusste gar nicht dass man mit dem ähm g19 was ist das da rausschießen kann guck mal kann man eigentlich auch gar nicht warum kann ich das keine ahnung hast du dir zufälligerweise die waffe im wagen gespawnt ne aber witzig ist jetzt geht es nicht mehr aber gerade gegen das ne das kann man normalerweise nur machen wenn man die waffe irgendwie drin schon gespawnt hat oder so ok weiter machen wir direkt dann schon in der hand hat schade raketen wer vergeht nicht ok ich repariere kurz ein auto und kommt der nächste fall und wir haben jetzt schatz feiert in east holland mein name ist mein arm geht gerade durch die fensterscheibe durch ja dein kopf auch positiv sind die rechts die werden wo da oben irgendwo stehen wir müssen auf jeden fall vorsichtig rangehen ich habe angst ok vorsicht da oben die kommen runter da kommt die erste aua au ach sag doch dass ich eine explosive schrotflitte habe war das alles nein die kommen hier vorne rum die wollen uns austricksen ja ne ist klar was bist du denn für alter ein guter polizist eine brennt gerade und hinten stehen auch noch zwei oder drei hier oben tycoon lass es wie sind die liebe billi oh scheiße brauchst du hilfe ich würde es nicht hoffen oh da vorne davon alle und wieder ein krieg wollte ich vom versagen eine zähne geklärt so wir brauchen das auto nehmen wir mal den hier ich steig schon mal wieder aus und wieder ein weil genau das hat immer passiert so steig ein wir haben magge in den northwood wir haben magge in den northwood das war falsch eingeboren und fahren die zwei gleiche autos miteinander ok gleiche nicht aus das speck der läuft der läuft ja schicht einmal ist nicht erschießen talcum kann doch ins bein schießen es hingefallen krafte du den machst du doch er hat mich angeschossen ach so gut ich wollte schon sagen ich dachte der typ fährt und sein oder und erst weg als nächstes haben wir ein 1 1 1 was haben wir amel zack fliege will affection in ortocke gut die kommen uns glaube ich sogar nähe die fahne längst scheiße halte ich fest zeichnetzes holprig und scheiße sie sind hier links in wo lang ich höre es irgendwie klein wo sind die die sind hier glaube ich keine ahnung egal wasser gefahren kann gut sein weil ich nämlich erst nur noch so ein klein gehört habe und dann auf einmal höfst du nicht mehr gesehen was nehmen als nächstes ein drogen die in northwood ok ja nee ist klar scheiß bulle hast gesehen rammt er mich immer ok der war im weg hier rechts einer 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 rennt weg der rechte muss erschossen werden da der da der linke laut ab der hat den auto gekreilt scheiße ich hole mir den jetzt ist die auto alarmanlage angegangen willst du? ja mach du ja mach mal ein drive-by ist klar wollen wir ihn mitnehmen? nö ok dann nehmen wir aber den nächsten mal mit würde ich sagen du bist gegen das auto gelaufen und die auto alarmanlage ist angegangen ja mach mal ein drive-by ist klar ne best news team ist jetzt nicht drin domestic disturbance oh engine error egal dann schauen wir mal ob ja leute und somit ist dann auch schon der part online part mit tycoon von gta 4 ist die pdf zu ende wir werden aber auf jeden fall demnächst wieder eine runde zusammen zocken ähm ich hoffe euch hat es auf jeden fall gefallen auch wenn das video jetzt nur 13 minuten oder so lang wird das tut mir natürlich ein bisschen leid aber ähm ja wie soll ich das erklären der tycoon ist jetzt leider nicht online und tja es ist morgens um 10 Uhr und ich möchte jetzt das video gerne für euch raushauen ähm in den letzten tagen kamen leider nicht so viele videos ich hoffe dass sie da verstehen können dass ich ähm deswegen leider ja ein bisschen so mich schuldig fühle und so und mich jetzt ähm ne keine ahnung ne auf jeden fall ähm ich versuche in der nächsten seiten mehr videos zu produzieren jetzt heute kommt dieses video als erstes dann sollte gegen mittag oder frühen abend das zweite video kommen das ist wahrscheinlich ich würde es hoffen the binding of isaac und dann sollte nochmal gegen späten abend so ab 8 9 Uhr vielleicht noch ein video kommen da muss ich aber mal schauen gut leute ich hoffe euch hat dieser part von SCPDFR gefallen ich tue natürlich mit meinem bestes ähm dass ähm das alles auch richtig äh ja richtig ähm spontan bleibt wisst ihr weil so viel rum cutten ist auf Dauer irgendwie verliert man da die glaubwürdigkeit dann kann man ja hier einfach nur sagen guck mal der hat so viel gecuttet äh da kann auch gut sein dass er da einfach keine ahnung da rum schauspielert weißt du und dann die Szene irgendwie hundertmal aufnimmt zum Beispiel naja ähm ich hoffe dir hat's gefallen Leute und wir sehen uns dann bei The Binding of Isaac vielleicht ja heute schon um 14,15 Uhr mal schauen Ciao So,